Dort sächere ihr Fehl, live zwischen der Älterin. Wir haben und alles geproft, wort wir weiten. Seht ein Fuhrer aus Heu in seine Früh an der Klaus wirern, wie sie Lieden ihrer Kinder abtragen. Wir sind und wie verschiedene Doktors und Drehmärkers gewaast, und sie können uns alle nicht halten. Unsere Doktor, es schien, war ganz gesund, bloß sie schläft nicht fein. Sie wagt immer danach ab, und dann guckt wie der Hahn, vertelt ein Bett mit ihr, da in ihr Tau, und dann schläft sie wieder. Wir können tun, was wir wollen, dort passiert alle Nacht. Sie haben in ihrer Klaus grüßt gelehrt, dass ein Kind sich mit Sacha feiern im Heim. Wenn das nicht ist, dann schläft das Fehl mal nicht fein. Dann prob mal das, sagt die Lehre. Wenn du nicht hüßt, kämpfst von der Arbeit, dann begreifst du ein Kind. Ob er ja, du irgendetwas wieder mit dein Kind ist, geh erst mit deiner Frühtaub ab dem Sofa setzen für 15 Minuten und verteilen mit ihr. Jene Doktor kann an der selge Stube spielen, mit er ihnen nicht spätig, aber sie hat nicht die Freiheit, zu ihnen zu reden. Wenn sie will, dann sei er. Katie, nur ist unser Tät. Ich will nur mit deiner Mami verteilen. Du sollst nur Feinstell sein. Lüte aber auch mit dir verteilen. Dann dreide ich weiter nach deiner Früh und vertal mit ihr. Vertalte von irgendetwas. Wot ich ewig Dage getan habe? Wot ich morgen getan will? Oder wot ich mal langträg getan haben? Irgendwot von wot ich schaft, dich top vertalen kann. Dann, wenn ihr euch 15 Minuten vertalte hat, dann laut deine Frühgund dort unkasträgten, und dann nehmt die Tätung nur deine Dachterhörchen in mein Arsch wählen. Dort hat alle Dage für die ganze Werk. Du wot ich leifst, wot Katie beder schlafen? Wann dort wot schafen, sitte Fuder, dann wot ich mein Hamt abeeten. So klar, als er das hat, dass er sein Hamt nicht abeeten wird, so klar hat er das auch, dass er das nicht schafen wird. Wot ich das überproben? Frucht die Lehrer. Bloß zum Udfängen, wo er das schaft? Jo, wie war. Der nächste Weg, aus der Klaus war der Taubbier, satt in dieser Lied auch stell und hört den Tau nur der Red. Als dort bei der Uttuschen käme, dreht die Lehrer sich nur das Fuder in Früch. Wo schaft dat? Ganz schnell ging in diesen Fuder seinen Fingerschnern auf seine Kneipp und er fangt an, sein Hamt abzuknäupen. Der ganze Klaus lacht, wen sei wüssten, wot er meint. Dort hat er geschafft. Von dann, als wir anfangen dort zu tun, hat unsere Dachte angefangen, durch die Nacht zu schlupen, sitte hei. Wo schaft dat? Der Lehrer erklärt, Du sind wesse Ding, wot ein Kind mott haben. So gut, als ein Kind mott eeten, in Wutte haben, dem dort der Charpa jesand wosn kon, so mott er Kind wesse Ding haben, dem dort der Seil jesand wosn kon. Ein von der Ding, als dort er Kind sich sacherfällt. In dem dort er Kind sich kon sacherfällen, mott er Kind treu Ding, klur weiten. Erstens, dort die Älterin sich auf sich leifen. zweitens, dort die Älterin dort Kind leifen. immer in der Nacht abweicht, und wohl bedeutend sein. Ich nehm all alle Dach so viel Tiet für Aar, als ich kon. Wenn ich von meiner Arbeit komme, bereise ich meine Früh, aber dann spiele ich mit meinem Kind. Ganz bald, und als ich mit ihm spiele, und nur und als ich spiele, war er mit ihm. Klart neun, bringen wir Aar zu Bad, und dann kon ich endlich noch mit meiner Früh vertellen. Diese Lied wissen, dort ein Kind muss Tiet haben von der Älterin, und dort sei muss sich geleift fehlend haben, dort sei sich kon sacherfehlend. Sei proben alles, was sei wissen, aber der Kind schleift danach nicht fein. Dann kreuten sie sich der Lehrer schauen und vertellen ihn, wo er das Ding. Der Lehrer hört noch an, und dann sieht er. Probet mal kurz den anderen weit heran. Wenn du eine Hüse kämpfst, dann begreifst du ein Kind, oder nehmt Tiet für deine Früh. Saat die vor 15 Minuten auf dem Sofa und vertal bloß mit Aar, wie ihm dort den Kind besiedigen spielt. Nur die 15 Minuten, dann nehmt noch Tiet damit man besser mit den Kind spielen, oder wird mit Aar top down. Eine Weg wieder, aus der Vorwahrer mit den Lehrer reden, seht er. Der Träbel hat sich ganz geleist. Gott sieht Plan erst, dass die Einheit das wichtigste ist. Die Kinder sollen willkommen sein an der Familie, und sie sollen ihr leist sein, aber die Einheit soll noch mal einbleiben. Nicht die Älterin, nicht die Freund, nicht die Torg, und nicht die Kinder sollen weniger sein, als die Einheit und Partner. Wenn die Lee das erste Baby hat, dann wird die Früh eine Mama und verjagt Leicht, dass sie am Morgen seine Früh ist. Das Baby nimmt so viel von ihrer Tiet in Gedanken, dass er allmess nicht whatever bleibt für ein Morgen. Die Eiche soll über Nummer 1 bleiben. Das meint nicht, dass das Kind lieben soll, oder dass es weniger wird ist. Das meint dort, dass in unsere Gedanken soll klar sein, dass auch in mein Morgen, oder auch in meine Früh, an der wichtigste Gemeinschaft. Gott hat die Kinder so gemerkt, dass sie sich erfällt und ihr lebt feiern, wann sie dort sein, dass ihre Mom und Dad sich um sich wichtig sind. Wenn Kinder dort sein und danach anwören, dass ihre Mom und Dad erst auch sein leben und noch abholen, dann wursen die Kinder ihr sind ab. Sie feiern, dass sie ein wichtiges Prozent sind von der Familie und sie halten mit. Wenn das Kind über den Mätpunkt es und alles sich um das Kind dreht, dann fällt sie sich bald an sagen. Wenn die Eiche und die Freude in alles sich mal anstrahlen nach das Kind, dann wurscht das Kind selbstsichtig ab. Sie kriegt die Anstrahlung, dass sie will bedeut sein, und es steht, dass sie will doen. Dort ist der Gehende von der Anstrahlung, was Jesus uns leert, wie sind je kommt im doen, nicht bedauend so ein Kind mit Meier stroof haben. Und wenn so ein Kind an die Jugend johann kommt, wird das viel mehr ein an zu den Älteren. Ganz kurz red mein Freund Mina mit ihr Freund Lennie. Sie vertelten von ihre 14-Jährige Dachter aus Lennie Seid. Meine Dachter es mit einmal sehr ein an in Daltemie. Sie red Glück gäng mi. Er kon nisch anfangen. Weißt du an Wotsund lich? Mina wüsst von Wotsund kommen können und sei seht. Viel mal chams und von de Weide wird ein Kind am hort belegt wann sei nicht weit aus Maman Dad sich am sich gut sind. Du mit roll in der Trun der Lennie er bat en rauf. Seid in am Mohn werden sich viel mal sei an ein fär die Tinge. Dort ho reich nicht je wüsst dort er dort so weit eit wann sei an striden sag seht Lenny. Dort ja viel mal sind dort äldren reden matten bat sie sich vereinigen chan oba dort soll nicht fär die Tinge geduun worden. Dort sind ihre Horten fehl te schud vereinig und dann vertalt leif to lich fär jene Tinge dem dott sei gesund abbossen chan. Besonder wann isch Tinge an die Familie nern kommen bräck dort vereingang zwischen äldren. Dort ist meist so als wann die älter sich danach fresh can lüren mat. Sie haben noch niemals eier taub Tinge abgebracht. Dann wann die Tinge an die Jugend jura nern kommen es nach eine Tid wie sich dort so schient aus wann die äldren matten schoffen und seien dort sei sich am sich gut blieben. Die Mame stimmt dort nicht so aus die Füder der Tinge ist und der Füder stimmt nicht so die Mame der Tinge ist. An diese Tiden sollen äldren nur sein dort sei viel mit sich am sich vertellen und so eine Tid und ab so steht wie sie allein sind der halb dass sie feilen können wo die andere feilt dann können sie sich besser verstehen und sie können besser in Leib leben to beten das sehr viel ist dass äldren sich können vereinigen wo ihre Familie zu behandeln to beten der Mohn für seine Früh beten in der Früh für ihr Mohn beten es alle eine große help zum einig der Familie abdreien einig